Hast du auch Lust, Menschen zu helfen mit deinem Wissen, mit deiner Kompetenz? Menschen zu motivieren, Menschen zu unterstützen in ihrem Leben, Menschen zu helfen, wie sie ihre Potenziale erstens entdecken und zweitens besser auch entfalten können? Wenn du Lust hast, als Trainer oder als Coach oder vielleicht sogar als Vortragsredner erfolgreich zu werden, beruflich richtig erfolgreich zu werden, wenn du dir ein eigenes Business als Coach und Trainer aufbauen möchtest, wenn du vielleicht lernen möchtest, wie man auf eine Bühne kommt und vor vielen Menschen begeistert Vorträge hält, dann ist diese Folge für dich wahrscheinlich eine der wertvollsten Folgen überhaupt. Denn in dieser Folge gebe ich dir sieben ganz entscheidende Schlüssel, wie du tatsächlich diesen Beruf entwickeln kannst, was du dafür brauchst und wie du, wenn du vielleicht ja schon als Coach oder als Trainer in diesem Beruf ja auch bist, wie du dann sehr, sehr viel erfolgreicher werden kannst. Diese Folge ist tatsächlich eigentlich Hunderttausende von Euros wert und ich schenke dir dieses Wissen jetzt. Deswegen nimm dir jetzt in Ruhe Zeit, nimm dir einen dicken Stift mit, denn jetzt kriegst du Content ohne Ende. Viel Spaß! So, herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und in dieser Folge geht es jetzt wirklich um ein so spannendes Thema, auf das ich schon so oft angesprochen worden bin in den letzten Jahren, dass ich mir gedacht habe, irgendwann mache ich dazu mal eine eigene Podcast-Folge und heute ist es soweit. Ich werde seit Jahren gefragt, Steffen, wie bist denn du eigentlich zu deinem Beruf gekommen? Wie wird man denn sowas? Ja, sowas. Die Frage ist ja schon mal, was ist denn sowas? Die Frage ist, was bist denn du eigentlich? Also eine der schwersten Fragen, die mir Leute immer wieder stellen, ist ja, was machst denn du eigentlich so beruflich? Und das ist für mich ganz schwer zu beantworten, weil es kommt immer darauf an, wer mich fragt. Ja, wenn mich jetzt ein Sportler fragt, dann würde ich sagen, ich bin Mentaltrainer, ich bin ein sportpsychologischer Berater, ich bin ein Coach im Profisport. Wenn mich jetzt ein Unternehmer fragt, dann sage ich, ja, ich bin Persönlichkeitstrainer für auch natürlich Unternehmer. Ich bin ein Live-Coach natürlich auch für euch alle, der Seminare anbietet, der Podcasts macht, der Bücher schreibt. Wenn mich eine Firma fragt, bin ich natürlich auch ein Vortragsredner. Ich bin ein Keynote-Speaker, den Unternehmen buchen. Also es gibt ganz, ganz viele Berufsbezeichnungen. Es ist ein großer Dschungel, aber das Interesse der Menschen wird immer größer. Und immer mehr Menschen merken auch, dass sie eine große Lust daran haben, anderen Menschen zu helfen mit ihrem Wissen, mit ihren Kompetenzen, mit ihrer Empathie, mit ihren Fähigkeiten, dass sie Lust haben, andere Menschen zu coachen und zu inspirieren für einfach mehr vom Leben. Vielleicht im Bereich Beziehung, Partnerschaft, vielleicht im Bereich Business, vielleicht im Bereich der Lebenshilfe, Lebensratgeber, Lebensmotivation, im Bereich der Ausbildung, in Bezug auf Kinder, in Bezug auf Verkauf, in Bezug auf Kommunikation, auf Selbstdarstellung, vielleicht in Bezug auf das Selbstbewusstsein auch zum Beispiel, dass Menschen mehr Selbstbewusstsein entwickeln. Es gibt ganz, ganz viele Themenbereiche. Die Frage ist, wie kann ich andere Menschen vielleicht sogar hauptberuflich dabei unterstützen, dass sie mehr aus sich und ihren Möglichkeiten machen? Diese Frage wird mir ganz oft gestellt, Steffen, wie bist denn du eigentlich zu diesem Beruf gekommen? Ehrlich gesagt, auf diese Frage möchte ich jetzt gar nicht hier in diesem Podcast zu stark eingehen, weil es spielt jetzt auch nicht so die große Rolle, was ich vielleicht abkürzend sagen könnte. Und es würde einfach den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Was ich vielleicht abkürzend sagen kann, ist, es gibt keinen geradlinigen Weg in dieses Business. Es gibt keinen geradlinigen Weg auf die Bühne, um als Motivationsredner, Motivationscoach oder Vortragsredner oder Coach für Selbstbewusstsein, für Lebensstärke oder für was auch immer, um da damit sein Geld zu verdienen. Und das ist immer eine große Reise. Bei mir ging die Reise los über den Leistungs- und Spitzensport, in dem ich selber drin war. Dann habe ich Sportmanagement studiert. Dann war ich eigentlich ein Schreibtischtäter. Ich war im Management von einem Volleyball-Bundesliga-Club aktiv. Und so bin ich über vier, fünf Umwege dann mal zu Firmen gekommen, denen ich eigentlich Werbeflächen verkaufen wollte für diesen Club. und die dann mal gesagt haben, Mensch, möchtest du nicht mal uns erzählen, wie ihr das im Profisport eigentlich so macht, wenn ihr da eine Spielerin oder einen Spieler habt, die nicht so richtig sich ins Team integrieren lässt. Dann habe ich denen das erzählt und habe auf einmal angefangen, über diese Themen zu sprechen, über die ich eigentlich mein Leben lang selber schon nachgedacht habe, weil ich mich selber einfach für Psychologie und für diese ganzen Themen interessiert habe. Und irgendwann wurde da dann tatsächlich ein Beruf draus. Aber diese Story im Detail zu erzählen, würde hier jetzt wahrscheinlich eine Stunde dauern und sie bringt euch ja jetzt nicht unbedingt weiter bei diesem Thema. Die Frage ist, was wäre denn dein Weg? Unabhängig von meiner Geschichte, denn genauso wie es mit meiner Geschichte möglich war, ist es auch mit deiner Geschichte möglich. Es ist egal, was in deiner Vergangenheit bisher war oder nicht war. Du kannst, und das ist die erste Grundaussage, du kannst beruflich tatsächlich erfolgreich werden und Menschen auf deine Art und Weise hauptberuflich auch das vermitteln, was du ihnen vermitteln möchtest, egal was du bisher gemacht hast. Du brauchst keine wirklichen Vorkenntnisse in dem Sinn. Du brauchst keine Berufsausbildung, du brauchst kein Psychologiestudium. Das ist alles Bullshit. Was du brauchst, sind sieben entscheidende Schlüssel und die werde ich dir in diesem Podcast jetzt vermitteln. Also, das ist ganz wichtig. Es gibt ja auch Rednerausbildungen, Coachausbildungen und so weiter. Habe ich alles nicht. Habe ich alles in dieser Form nicht und trotzdem gehöre ich mittlerweile ja zu den erfolgreichsten Coaches in ganz Deutschland. Was du brauchst, sind ganz andere Dinge und darüber werden wir jetzt mal sprechen und bleib unbedingt bis ganz zum Ende dieses Podcasts dran, denn du wirst die wichtigsten Punkte noch ganz am Ende vor allem auch erfahren. Da gibt es noch einen entscheidenden Punkt, den du unbedingt wissen musst und ja, deswegen, ich weiß, diese Folge wird jetzt ein bisschen länger mit Sicherheit, weil ich habe hier auf meinem Spickzettel ziemlich viel stehen, was ich dir alles erzählen möchte, aber es lohnt sich. Hör dir die Folge gerne auch ein zweites Mal an und schau auch, dass du diese Folge beim spätestens zweiten Mal auch irgendwo mit einem Stift und einem Zettel mitverfolgst, denn es gibt, denke ich, einiges mitzuschreiben. All right. Also, zunächst einmal müssen wir eine Grundsatzfrage behandeln. Die Grundsatzfrage lautet, was willst du eigentlich sein oder werden? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass viele von euch noch nicht in diesem Berufsfeld tätig sind und sich vielleicht überlegen, da einzusteigen. Wie kann man im Bereich Motivation, Verkauf oder wie auch immer, wie kann man Menschen da begeistern, inspirieren, motivieren, wie kann man da vielleicht einen ähnlichen Beruf ergreifen, wie ich das jetzt habe. Vielleicht bist du aber auch schon jemand, der schon in diesem Beruf drin ist. Dann ist diese Folge auch sehr interessant für dich, vor allem jetzt gerade beim Punkt Nummer 1. Die erste entscheidende Frage, die du dir stellen musst, ist, was willst du werden oder sein? Redner, Trainer, Coach oder Berater? Diese Frage haben sich die meisten nie gestellt. Was willst du sein? Redner, Trainer, Coach oder Berater? Denn das sind vier unterschiedliche Worte, das sind vier unterschiedliche Berufe, das sind vier komplett unterschiedliche Branchen und das sind komplett unterschiedliche Marketingstrategien, die du brauchst, um damit beruflich richtig erfolgreich werden zu können. Das sind übrigens auch ganz unterschiedliche Fähigkeiten, die du dafür brauchst. Ja, wo liegt denn jetzt der Unterschied? Das ist ein Content, den ich dir gerne mal geben möchte. Wo liegt der Unterschied zwischen einem Redner, einem Trainer, einem Coach und einem Berater? Okay, fangen wir mal ganz einfach an. Fangen wir beim Redner an. Der Vortragsredner ist jemand, der vor meistens mehreren Menschen spricht, also ich sage jetzt mal in der Regel 50 Menschen aufwärts, meistens 100, 200, 400, 500 Menschen, es können aber natürlich auch mal Tausende von Menschen sein. Der wird in der Regel von Verbänden, von Unternehmen, Organisationen gebucht für einen Vortrag, eine sogenannte Keynote-Speech. Die Keynote ist praktisch das Highlight, ein Highlight-Vortrag. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Vortragsredner ist kein Wissenschaftler, der jetzt Kompetenz vermittelt. Das ist ein Keynote-Speaker, das heißt, der vermittelt kein Wissen, sondern er vermittelt Inspiration. Er vermittelt Unterhaltung, Inspiration und Lust auf mehr. Er öffnet das Herz von Menschen. Der Vortragsredner ist kein Wissensvermittler, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, es ist kein Wissenschaftler oder Top-Experte, der Leuten irgendwas lernt. Der Vortragsredner, der Keynote-Speaker hat einen ganz anderen Auftrag. Man braucht bei ihm nicht großartig neue Dinge lernen, sondern man sollte Lust kriegen auf ein Thema, um sich mehr damit zu beschäftigen. Das ist der Vortragsredner, der spricht vor vielen Menschen, ist ein Entertainer, ist ein Inspirator. Der Trainer ist ein ganz anderer Beruf. Der Trainer ist ein Mensch, der mit in der Regel kleineren Gruppen arbeitet, meistens so 6 bis 12 oder 15 Menschen maximal. Das können auch mal größere Gruppen sein. Aber der Trainer ist jetzt im Gegensatz zum Redner tatsächlich ein Kompetenzvermittler. Du kannst dir das vorstellen wie auch ein Fußballtrainer oder ein Tennistrainer. Der vermittelt Technik, der vermittelt Taktik, der vermittelt Strategien, der vermittelt Methoden und Methodenkompetenz. Das heißt, ein Trainer sorgt dafür, dass du danach etwas kannst, was du davor nicht kanntest oder nicht konntest. Das heißt, ein Trainer ist ein Verbesserer. Ein Trainer bringt dir Dinge bei, entweder Wissen oder eben Methoden, die du davor nicht konntest und er trainiert sie mit dir während des Trainings. Das heißt, er bringt dich in die Übung. Er übt mit dir Dinge. Das ist also ein ganz anderer Auftrag als ein Redner. Ein Trainer arbeitet in der Regel eben deswegen auch mit weniger Menschen in kleineren Gruppen. Es ist sehr viel interaktiver in dem Sinne, dass er nicht die große Aufgabe hat, nur zu inspirieren. Ein bisschen inspirieren sollte er trotzdem können. Aber er ist jemand, der auch nicht einfach wie ein Redner hält, 45 bis vielleicht mal 90 Minuten maximal seinen Vortrag, dann geht er wieder heim. Ein Trainer arbeitet Stunden, manchmal Tage und Wochen mit einer Gruppe, weil er die Zeit einfach braucht, um das zu vermitteln. Der Coach ist jetzt der dritte Beruf. Der Coach kommt von Kutsche. Der Coach ist sozusagen ein Transportunternehmer. Er nimmt nämlich die Menschen an der Stelle auf, wo sie gerade stehen. Das heißt, der Coach ist einer, der viele Fragen stellt und der eins zu eins mit den Menschen in der Regel arbeitet und der schaut, wo steht ein Mensch gerade, was für Probleme hat er aktuell, welche Ressourcen und welche Stärken hat er gerade auch und wo möchte er denn hin. Und er hilft dann dem Coachee, also dem Klienten dabei, dass dieser Klient selbst seinen Weg findet und seine Antworten auf seine Fragen findet, also die Lösung auf seine Probleme findet. Der Coach ist keiner, der selbst die Lösungen gibt, sondern er ist einer, der dem anderen dabei hilft, seinen Weg gehen zu können. Er ist ein Begleiter, er ist ein Unterstützer und in dem Sinne durchaus ein Feedbackgeber, ein Spiegel, ein Reflektor, ein Sparingspartner, der gute Fragen stellt und einen Menschen orientiert und ihn an der Hand nimmt und ihm einen Weg zeigt. Den Weg geht aber der Klient selber und der Klient entdeckt für sich, was für ihn richtig ist. Das findet 1 zu 1 statt. Das ist ein großer Unterschied zum Berater auch wieder. Der Coach und der Berater sind zwei artverwandte Berufe, aber trotzdem sehr unterschiedlich im Detail. Beide arbeiten in der Regel mit einem Menschen im 1 zu 1 oder in ganz kleinen Gruppen. Der Berater allerdings sagt jetzt ganz konkret, was die richtige Antwort ist. Also der sagt dir ganz konkret, da musst du jetzt bitte rechts abbiegen, da darfst du nicht links abbiegen, das ist nämlich verboten. Also ein Steuerberater zum Beispiel, ein Finanzberater, ein Versicherungsberater, ein Gesundheitsberater. Das sind Menschen, die ganz klar sagen, wie es richtig ist. Der Coach sagt nicht, wie es richtig ist, sondern er hilft dem Klienten zu zeigen, wie er selbst herausfindet, was für ihn richtig ist. Das also mal grundsätzlich diese vier unterschiedlichen Berufe. Redner, Trainer, Coach, Berater. Du musst dir als allererstes, wenn du in dieser Branche schon bist oder wenn du in diese Branche rein möchtest und wirtschaftlich auch wirklich erfolgreich werden willst, wenn du berühmt im Sinne von sichtbar werden möchtest, wenn du hohe Umsätze erzielen willst, wenn du Kunden generieren willst und richtig erfolgreich werden willst in deiner Sache, dann musst du dir erstmal die Frage stellen, welchen dieser vier Berufe möchte ich wählen? Jetzt gibt es manche, die von euch vielleicht sagen, puh, keine Ahnung, ich möchte eigentlich am liebsten mindestens zwei oder drei Dinge sein. Kann ich denn nicht auch Redner und Coach sein? Steffen, du bist doch auch Redner auf der einen Seite in großen Unternehmen und auf großen Bühnen, bist aber doch jetzt auch ein Coach, du hast doch auch gecoacht eins, eins. Ja, das stimmt. Das heißt, natürlich kannst du auch zwei oder drei dieser Berufe ausüben, aber der Punkt ist, wenn du startest, solltest du nicht mit allen dreien Dingen starten. Eine Sache hat immer Priorität. Bei mir war in der Vergangenheit der Redner, der Vortragsredner die absolute Priorität. Also damit habe ich eigentlich richtig gestartet und daraus haben sich Coachings ergeben. Das heißt, ich habe primär in meinem Leben Vorträge gehalten, Vorträge, 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 über 100 im Jahr und habe daraus Einzelcoachings generiert. Das war praktisch wie ein, ja nicht ein Abfallprodukt, aber sozusagen ein Anschlussprodukt. Irgendwann habe ich mich dann dazu entschieden, nicht mehr zu coachen, weil die Anfragen einfach viel zu viele wurden. Das heißt, ich gebe keine Coachings mehr, keine 1 zu 1 Coachings, außer einzelnen Spitzensportlern und Spitzenunternehmern. Das ist aber sehr selten, weil ich meine Zeit auf etwas Neues fokussiere und das sind die Seminare, die öffentlichen Seminare von mir. Dort bin ich eigentlich ein Trainer, eine Mischung aus dem Trainer und dem Redner. Das heißt, der Redner bin ich immer noch. Ich halte immer noch überwiegend große Vorträge. Das ist mein Kerngeschäft. Den Coach habe ich losgelassen zum Großteil und jetzt baue ich zusätzlich den Trainer praktisch auf, beziehungsweise habe ich ja schon aufgebaut, weil in Seminaren bist du eine Mischung aus Redner und eigentlich eine Mischung aus Redner und Trainer. Du vermittelst Methoden und Wissen natürlich, aber bist natürlich auch zu großem Teil ein Inspirator. Du musst dir überlegen, was ist dein Kernbereich und diesen Kernbereich musst du dann auch fokussieren von deiner Energie, von deiner Zeiteinteilung, auch von deinem Marketing natürlich. Also wenn ich das teilweise lese auf Webseiten von Kollegen und Kolleginnen, die dann schreiben, hier Vorträge, Trainings und Beratungen. Beratungen, da weiß ich schon ganz konkret, das sind Leute, die einen Bauchladen vor sich her schieben, die alles Mögliche anbieten, auch noch zu 27 verschiedenen Themen, bieten sie alles an, aber sie sind nicht klar positioniert. Vielleicht ganz kurz auch mal, dass du einen Überblick kriegst, was kann man denn eigentlich verdienen in diesem ganzen Segment, in dieser Branche der Redner, Trainer, Coaches und Berater. Also, fangen wir mal beim Coach an. Der Coach, und da nehme ich jetzt mal den durchschnittlichen Coaching-Stundensatz in Deutschland. Das ist eine Aussage vom Deutschen Verband für Coaching, oder wie der heißt, da gibt es ja x Verbände, aber es gibt so ein paar seriöse Verbände, ich glaube Deutscher Verband für Coaching oder so ähnlich heißt der. Da gibt es immer wieder Studien und Analysen, wo die das rausgeben, und da ist ein durchschnittlicher Coaching-Stundensatz von 160 Euro angegeben. Also, ca. 160 Euro verdient ein Profi-Coach in Deutschland. Jetzt nicht nur im Bereich Motivation und Persönlichkeitsentwicklung, sondern eben auch in anderen Bereichen. Viele verdienen natürlich auch nur 80, 90 oder 100 Euro, aber viele eben auch drüber. Es gibt durchaus richtig gute Coaches, die 250, 300 Euro in der Stunde verdienen. Also, das sind eigentlich ganz normale, gute Stundensätze von echten Profis. Anfänger fangen dann meistens mit 50, 60 Euro in der Stunde an. Das ist kein gutes Zeichen. Also, 160 Euro in der Stunde. Also, es ist schon ganz nett. Das heißt, wenn man da so einen Tag arbeitet und da drei, vier Stunden coacht, dann kommt man da durchaus auf 500, 600, 700 Euro Tagesverdienst. Ganz gut. Beim Profi-Trainer ist es ein bisschen anders. Laut dem Bundesverband für Training ist der durchschnittliche Tagessatz für Trainer in Deutschland zwischen 1.200 und 1.400 Euro. Das verdienen die am Tag. Das hört sich jetzt sehr viel an, glaube ich auch. Muss man ein bisschen relativieren. Erstens mal, das Ganze ist ja ein Brutto-Betrag. Das heißt, das müssen die ja auch noch versteuern. Du bist als Trainer, Coach und Redner bist du ja selbstständig tätig oder als unternehmerisch, also freiberuflich tätig. Das heißt, du musst das natürlich auch alles noch versteuern. Das sind also Brutto-Beträge. Das heißt, 40 Prozent musst du wahrscheinlich ungefähr dann mal abziehen noch. Und du hast natürlich auch nicht jeden Tag ein Training. Also, wenn man das jetzt mit 25 Tagen im Monat hochrechnet, das ist nicht realistisch. Die wenigsten Trainer sind so ausgebucht. Und noch dazu kommt, wenn du Trainer bist, hast du natürlich nicht nur den Trainingstag, sondern du hast ja auch Vorbereitung, du hast oft auch eine Nachbereitung. Das heißt, auf jeden Trainingstag musst du eigentlich mindestens einen halben, manchmal sogar einen ganzen Tag an Vor- und Nachbereitung nochmal dazurechnen. Das heißt, ein Trainingstag sind in Wahrheit eigentlich zwei Tage. Trotzdem aber kann man davon natürlich sehr gut leben. Und das ist ja der Durchschnittssatz. Es gibt ja auch, man muss eben aufpassen, je nach Branche, es gibt ja zum Beispiel auch Branchen im Trainingsbereich. Nehmen wir jetzt mal eine ganz andere Branche, zum Beispiel im EDV-Bereich. Wenn du jetzt ein EDV-Trainer bist, der jetzt Excel-Schulungen gibt oder sonstige Dinge, da liegen wir nicht bei so hohen Honorarsätzen, da liegen wir deutlich drunter. Die kriegen 400, 500, manchmal 600 Euro am Tag. Das ist also deutlich geringer. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Verkaufstrainer bist, dann liegen die Honorarsätze in der Regel deutlich höher. Dann reden wir von weit über 2.000, eher 2.500 Euro im Durchschnitt, die wir hier haben. Es gibt natürlich auch Trainer, die deutlich mehr verdienen am Tag. Deutlich mehr. Da kommen wir nachher noch drauf, wie sowas eigentlich zustande kommt. Denn es gibt auch Trainer, die durchaus mehrere tausend Euro am Tag verdienen. Und da kann man durchaus hinkommen. Wie gesagt, nachher deswegen den Podcast ganz anhören. Da erzähle ich dir, wie man in solche Honorarbereiche kommt. Fakt ist, laut Studien, nur 2% aller Trainer verlangen über 3.000 Euro am Tag. Nur 2% der Trainer über 3.000 Euro am Tag. So, jetzt kommen wir zum Redner. Der Redner ist jemand, der eigentlich erst bei 3.000 oder 4.000 Euro losgeht. Also zwischen 3.000 und 4.000 Euro geht ein professioneller Redner in Deutschland los. Unter 3.000 Euro gibt es eigentlich keine professionellen Redner. Jedenfalls nicht im Firmenbereich. Es gibt im Bereich von gemeinnützigen Organisationen. Es gibt auch im Bereich, viele Redner wie auch ich zum Beispiel, arbeiten ja viel an Schulen. Klar, an Schulen zur gemeinnützigen Einrichtung, da gibt es manchmal spezielle Preise. Aber auch da liege ich zum Beispiel bei 3.000 Euro. Aber ansonsten, sagen wir jetzt mal, im normalen Firmenbereich gibt es keine professionellen, also wirklichen Profis, Profi-Redner unter 3.000 Euro. Also zwischen 3.000 und 4.000 Euro ist da wirklich der Einstieg, was man am Tag verdient. Ein normaler Durchschnittsredner ist also so bei 4.000, 4.500 Euro. Da liegen die meisten. Mein Honorarsatz zum Beispiel liegt bei 6.000 Euro am Tag. Es gibt aber durchaus auch noch Redner, die 7.000, 8.000 oder 9.000 Euro verdienen oder verlangen am Tag. Es gibt sogar Redner, die jenseits der 10.000, sogar 15.000, 20.000, 30.000 Euro am Tag verdienen. Das sind aber meistens dann eben keine klassischen Redner mehr, sondern das sind Celebrities, also das heißt Prominente, die aufgrund ihrer sportlichen Erfolge oder sonstigen Erfolge und Lebensgeschichte einfach einen Promi-Status haben. Also nehmen wir mal ein Beispiel, Reinhold Messner wäre jetzt so jemand. Ja, also solche Leute, die einfach auf Basis dieser Geschichte, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, zu irgendeiner Bekanntheit gekommen sind und die deswegen da nochmal ganz andere Honorarsätze aufrufen. Aber ich sage mal, das sind so ungefähr die Bereiche, in denen wir sind. So, und da verdient, also man hat ungefähr, ein guter Redner hat so zwischen 4 und 10 Aufträge im Monat. Das wäre so Durchschnitt. Es gibt auch Redner, die haben 15, 20, 25 Aufträge im Monat. Das gibt es auch. Ich hatte auch schon Monate, wo das so war, habe ich aufgehört. Warum das so ist, erzähle ich später. So, beim Berater ist es jetzt so, das kommt immer darauf an. Da gibt es eine extreme Range. Es gibt Berater, die arbeiten für 400 Euro am Tag. Es gibt Berater, die machen am Tag 10.000, 15.000 Euro. Das ist also ein sehr, sehr breites Feld. Das liegt eben auch wirklich komplett an der Branche und eben noch an einigen anderen Punkten, auf die ich jetzt gleich zu sprechen komme. Aber somit hast du jetzt schon mal eine gewisse Grundübersicht über das Ganze. Wovon reden wir eigentlich? Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, dann muss ich ja unbedingt Redner werden, weil das war ja deutlich teurer, weil das ist ja deutlich mehr Umsatz verdient als Redner, als Coach, weil als Coach waren wir irgendwo bei 500, 600 Euro am Tag und der Redner bei 4.000, 5.000 Euro am Tag ist doch viel geiler. Ja, das stimmt. Tendenziell ist es so, dass man als Redner deutlich höhere Umsätze erzielen kann. Allerdings ist es natürlich auch deutlich herausfordernder im Marketing einen Vortrag für 4.000, 5.000 Euro zu verkaufen, als jemandem ein Coaching für ein paar Stunden zu verkaufen. Ja, also die Herausforderungen des Verkaufs sind ganz andere. Deswegen sind die Punkte, die ich euch jetzt gleich dann auch nennen werde, wie man in diesen Branchen erfolgreich werden kann, sind dafür entscheidend. Aber grundsätzlich, ja, kann man natürlich vom Wachstumslevel des Umsatzes, vom Volumen, was man erzielen kann im Jahr, ist man als Redner in der Regel deutlich höher als als Coach und auch als Trainer. Okay, was sind jetzt diese Punkte? Ich habe jetzt mal sieben Schlüsselelemente für dich vorbereitet, die du wissen musst, die du brauchst, um in einem dieser Bereiche erfolgreich zu werden. Das ist jetzt übrigens komplett unabhängig davon, ob du dich entscheidest, Redner, Trainer, Coach oder Berater zu sein. Diese sieben Schlüssel brauchst du für jeden dieser Branchen. Für jede natürlich in einer anderen Umsetzung im Detail, aber du brauchst es für jeden. Punkt Nummer eins, ganz klar, du brauchst, das Wort ist vorhin schon mal gefallen, du brauchst eine ganz klare Positionierung. Die Frage ist, was ist denn die Positionierung? Die Positionierung ist sozusagen dein Alleinstellungsmerkmal, der USP, wie man so schön sagt. Das heißt, wofür stehst du? Wenn man deinen Namen hört, was assoziieren deine Menschen, deine Zielgruppe, deine Kunden oder deine potenziellen Kunden, was wird mit deinem Namen sofort assoziiert? Das heißt, wenn man Steffen Kirchner hört, dann assoziieren die allermeisten Menschen damit in Deutschland Motivation und Erfolg. Das ist meine Positionierung. So, damit sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Das absolute Alleinstellungsmerkmal ist vor allem, also thematisch ist vor allem für Coaches und Trainer und auch Berater sehr, sehr wichtig. Die brauchen eine möglichst konkrete Positionierung, möglichst spitz, also das heißt möglichst klein. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel, angenommen, du wärst jetzt ein Sporttrainer, der jetzt zum Beispiel ein Fitnesstrainer, dann wäre es aus meiner Sicht keine gute Positionierung zu sagen, ja gut, ich bin auf Fitnesstraining positioniert. Warum? Das ist noch keine klare Positionierung. Das ist ein zu großes, breites Feld. Du musst dich spitzer positionieren. Das muss genauer und konkreter sein. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Fitnesstrainer für Rückenthematik wärst, also für Rückengesundheit, für den gesunden Rücken, dann wäre das zum Beispiel schon eine deutlich spitzere Positionierung. Jetzt bist du konkreter auf den Punkt praktisch positioniert. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Positionierung hättest, du wärst der Trainer Nummer eins, kann auch Trainerin, die Trainerin Nummer eins in Deutschland für den gesunden Rücken von Müttern, die gerade entbunden haben zum Beispiel, oder von wem auch immer, dann wäre auch die Zielgruppe nochmal klar, dann wärst du noch spitzer positioniert. Man muss dabei aufpassen, dass man sich seine Zielgruppe nicht zu klein macht, aber grundsätzlich wäre das schon eine Möglichkeit. Also jetzt nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Du hast ja vielleicht schon mal von meinem, also du kennst ja meine Seminare oder hast schon mal davon gehört. Ich habe ja Seminare für alle möglichen Themen und irgendwann habe ich dieses Seminar Power sucht Frau entwickelt. Power sucht Frau ist eine klare Positionierung für das Thema Selbstbewusstsein für Frauen. Das heißt, jetzt bin ich nicht mehr nur ein Erfolgstrainer, sondern jetzt bin ich auf das Thema Frauen positioniert. Erstmal schon mal 50 Prozent von der Zielgruppe ausgeschlossen. Und natürlich, Power sucht Frau richtet sich an Selbstbewusstsein und Lebensenergie. Das heißt, es ist eine thematische und zielgruppenorientierte Positionierung. Du musst dir ganz klar machen, ohne Positionierung läuft nichts. Du brauchst eine spitze Positionierung. Gerade wenn du Coach und Trainer bist, je spitzer, desto besser in der Regel. Denn die Vorteile der klaren Positionierung sind, dass du deine Konkurrenz erstens mal deutlich ausschaltest. Es gibt deutlich weniger Konkurrenz. Wer zu viel Konkurrenz hat, ist einfach selbst zu schlecht positioniert. Du findest somit auch viel mehr deine passenden Kunden, die richtigen Kunden, die zu dir passen, zu deinem spezifischen Angebot. Du kannst dadurch, auch weil du somit ja auch ein Spezialist wirst in einem kleinen Bereich, kannst du natürlich auch ganz andere Honorare auch verlangen. Und somit wirst du auch deutlich schneller die Nummer 1, also Branchenführer, weil dein Marktsegment viel kleiner ist, weil du dir selbst dein Marktsegment absteckst, sozusagen. Du erschaffst dir also deine eigene kleine Insel, auf der du der König wirst und auf die die Menschen gerne reisen. Und es macht natürlich auch deutlich mehr Spaß. Also Positionierung ist der erste zentrale Schlüssel. Was ist genau deine Zielgruppe, also Zielgruppenpositionierung? Was ist deine thematische Positionierung? Es gibt noch deutlich mehr Dinge zu beachten bei der Positionierung. Das ist ein ganz großes Feld. Aber das mal die ersten zwei Aspekte dazu. Zielgruppenpositionierung und thematische Positionierung. Okay, mehr dazu übrigens nachher noch am Ende des Podcasts, wie du das noch besser findest, deine Positionierung. Zweitens, du brauchst einen absoluten Expertenstatus. Das heißt, das ist was ganz anderes als die Positionierung, dass wir uns da einig sind. Das verstehen die meisten Leute falsch. Die meisten Leute meinen, wenn ich positioniert bin, bin ich ein Experte. Oder viele glauben auch, wenn ich ein Expertin bin, bin ich automatisch positioniert. Das ist nicht so. Der Expertenstatus bedeutet, dass du jetzt in einer Sache wirklich überragend gut bist. Das heißt, dass du erstens Expertenwissen oder Expertenkompetenz tatsächlich auch in einer Sache hast. Wichtig, in einer Sache. Nicht in 25 verschiedenen Dingen. Wähle eine Kernkompetenz, einen Kernbereich aus, wo du der Beste oder die Beste bist. Und zum Expertenstatus, um ihn aufzubauen, gehören mehrere Aspekte. Wäre jetzt ein bisschen zu komplex, um das alles zu erklären, wie du dir einen echten Expertenstatus aufbaust. Nur mal ein Hinweis. Früher wurde es immer so gemacht. Die Leute haben dann gesagt, okay, ich will Experte werden im Bereich XY. Dann haben sie sich die fünf zum besten Bücher gekauft zu dem Thema oder vielleicht die zehn besten Bücher zu dem Thema. Haben die alle gelesen, waren auf drei Seminaren und haben sich die besten Dinge aus den Büchern rausgelesen und haben die besten Sätze und Beispiele aus den Vorträgen genommen. Haben sie gedacht, sie sind Experte. Ja, da bist du Experte im Sinne von, da bist du mal deutlich kompetenter in diesem Themenbereich als wahrscheinlich 95 Prozent aller Menschen, die draußen rumlaufen. Da gehörst du bestimmt zu den Top 5 oder vielleicht sogar Top 2 Prozent. Das heißt noch nicht, dass du ein Experte bist. Also Expertenstatus aufzubauen ist schon ganz was anderes. Expertenstatus heißt wirklich, dass du eine außergewöhnliche Kompetenz hast in einem speziellen Thema. Positionierung im Gegensatz dazu bedeutet, dass du diese Expertise nach außen auch darstellst und dich zu einer Zielgruppe, zu einem Thema nach außen auch positionierst. Das heißt, dass du sichtbar wirst. Das heißt, der Expertenstatus ist was Inneres, eine innere Kompetenz, eine Fähigkeit, ein Know-how. Und die Positionierung ist praktisch die Sichtbarmachung dieser inneren Expertise. Also erstens Positionierung, zweitens Expertenstatus, was du drittens brauchst, du brauchst Kompetenz im Marketing und im Online-Marketing. Das ist einer der Hauptpunkte, warum die meisten Coaches und Trainer, übrigens auch einige Redner und Berater, in diesem Markt so schleppend vorankommen, warum die immer ums Überleben kämpfen. Wir haben in Deutschland kein Problem mit Kompetenz. Wir haben wirklich viele tolle Trainerausbildungen. Wir haben gute Verbände, wir haben gute Coaching-Ausbildungen, wir haben gute Trainerausbildungen, wir haben alles Mögliche. Aber die Leute sind Fachexperten, aber sie können sich nicht verkaufen. Und du kennst ja vielleicht meinen Satz, eine nicht kommunizierte Leistung ist eine nicht erbrachte Leistung. Das heißt, egal wie gut du bist, egal wie viel Wissen du hast, egal wie viel Erfahrung du hast, es ist egal, wenn du das nicht vermarkten kannst, dann wirst du immer um Kunden kämpfen müssen. Dann musst du über den Preis gehen, dann musst du Nachlässe geben, dann musst du was weiß ich alles machen. Dann bist du abhängig und bist immer in der Unsicherheit, ob hoffentlich auch genügend Buchungen reinkommen. Du musst um Umsätze kämpfen, du musst einfach darum kämpfen, dass Leute dich finden und die Leute kommen nicht automatisch zu dir. Es entsteht keine Sogwirkung und du bist auch limitiert in deinen Honorarsätzen, du kannst kaum steigern und musst immer über den Preis diskutieren. Und im Jahr 2018 ist hier vor allem das Thema Online-Marketing entscheidend. Du brauchst neben deinen Expertenfähigkeiten und deinem Expertenwissen brauchst du unternehmerische Fähigkeiten und unternehmerisches Wissen. Du brauchst Marketingkompetenz, denn was du nicht verkaufen kannst, das bezahlt keiner. Die Menschen kaufen das, was sie kennen. Und auch wenn du super bist, werden die Leute zu demjenigen gehen, den sie kennen und nicht zu dem, der besser ist, weil die Leute das im Vorfeld nicht wissen, wer gut ist, sondern sie gehen zu dem, den sie kennen. Beim Thema Online-Marketing und Marketing sind so viele Dinge wichtig. Das heißt, du brauchst ein eigenes Design zum Beispiel. Du solltest eine eigene Wortbildmarke entwickeln. Du brauchst eine geile Webseite natürlich, aber es gehört viel, viel mehr dazu. Das sind ja Basissachen. Du brauchst einen guten Social-Media-Auftritt. Du brauchst ein geiles Facebook. Du brauchst vielleicht auch, wenn es deine Zielgruppe ist, es hängt mit deiner Zielgruppe zusammen, du brauchst Instagram, du brauchst YouTube, du brauchst Xing. Je nachdem, wie gesagt, welche Zielgruppe du ansprichst. Vielleicht brauchst du das nicht alles. Vielleicht brauchst du nur Teile davon, aber einiges wirst du davon brauchen. Und du brauchst es in einer professionellen Strategie und Außendarstellung. Nicht nur, dass du da angemeldet bist und eine Seite hast, sondern du brauchst dort eine professionelle Arbeit, eine Außendarstellung, die täglich auch funktioniert. Du musst verstehen, wie Google AdWords funktionieren. Du brauchst eine Suchmaschinenoptimierung. Du brauchst vielleicht auch einen eigenen Podcast. Du brauchst einen Blog. Du brauchst also diese ganzen Dinge. Natürlich kannst du das auch nicht alles selber machen. Du musst lernen, welche Menschen sowas können, wer dich da beraten kann. Aber das alles alleine kann man nicht machen. Da merkst du also schon, da bist du zeitlich dann irgendwann bei 34 Stunden, die du am Tag bräuchtest. Da hast du keine Chance. Deswegen braucht man entweder eigene Mitarbeiter oder eben externe Mitarbeiter, davon bin ich ein großer Fan, von externen Dienstleistern, die diese Sachen für dich machen. Und nicht alles auf einmal, nicht sofort, sondern auch hier in einer bestimmten Strategie. Da muss man mit den richtigen Dingen anfangen. Und auch hier gibt es Strategien. Und super Dienstleister, die ich dir nennen kann da noch. Wie gesagt, später noch mehr dazu, die dich da unterstützen können. So, also Marketing, Online-Marketing, das ist der dritte Schlüssel. Der vierte Schlüssel sind Public Relations, also PR. Du brauchst unbedingt einen Expertenstatus, der durch Pressearbeit, durch Medienarbeit perfekt aufgebaut ist. Du brauchst Fachbeiträge in Expertenzeitschriften, in Branchenzeitschriften, wie gesagt, einen eigenen YouTube-Kanal. Du brauchst Expertenkolumnen, du brauchst Auftritte, vielleicht im Radio, vielleicht im Fernsehen. Du solltest sichtbar werden, dass Menschen von dir erfahren. Und das unterstützt wieder deine Expertise ja auch. Denn wer, in Deutschland haben wir zumindest noch diesen Glaubenssatz, auch in Österreich, Schweiz, das ist genauso. Wer in den Medien ist, ist ein Top-Experte. Und wie gesagt, Menschen kaufen das, was sie kennen. Sie buchen denjenigen, der bekannt ist, weil sie die Kompetenz erst danach erfahren. Das ist also der vierte Schlüssel. Unbedingt, du brauchst gute PR. Der fünfte Schlüssel ist, du brauchst, wenn du als Coach, als Trainer, als Berater oder auch gerade als Redner wirklich richtig ernst genommen werden willst, wenn du da richtig durchstarten willst, ein eigenes Buch. Du solltest lernen, ein eigenes Buch zu schreiben oder schreiben zu lassen, wenn du es nicht selber schreiben kannst oder willst. Und wie man ein eigenes Buch entwickelt, das kann man auch tatsächlich lernen. Wie man jemanden findet, der so ein Buch für einen schreibt, das ist wichtig. Aber das würde auch jetzt den Umfang des Podcasts sprengen. Aber mach dir schon mal eins bewusst, wenn du da wirklich erfolgreich werden willst, dann ist Buchautor oder Buchautorin definitiv auf deiner To-Do-Liste. Und ja, das solltest du dir unbedingt aufschreiben. Dann musst du lernen natürlich auch, wie du hohe Honorarsätze kreierst. Das heißt, du musst lernen, wie du aus dieser Nummer mit den 120 Euro in der Stunde als Coach rauskommst. Und wenn du sagst, ja, aber in meiner Branche wird nicht mehr gezahlt oder in meiner Region, dann hast du erstens ein paar falsche Glaubenssätze und zweitens das Thema Positionierung und Expertenstatus noch nicht verstanden. Es ist definitiv so, dass du auch als Coach am Tag durchaus 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Euro verdienen kannst. Das geht. Das ist Fakt. Ich kenne genügend Leute, die das machen. Ich schaffe das selber seit vielen Jahren. Ich habe auch vor zwei Jahren, als ich noch gecoacht habe, Honorarsätze von 4.000, 5.000 Euro für Coaching am Tag bekommen. Das funktioniert. Du musst aber wissen, wie du diese Honorarsätze erstens entwickelst, wie du sie begründest und vor allem, wie du sie verkaufst. Und dann geht das. Und weißt du, was das Schöne daran ist? Dann hörst du auf, jeden Tag nach Coachings zu suchen. Du hörst auf, dich tot zu arbeiten für das Ganze. Denn um den Monatsumsatz zu generieren, den du brauchst, um entspannt leben zu können, brauchst du dann deutlich weniger Coachings. Und oftmals geht es vielen dann auch so, dass sie so viele Trainings machen, so viele Coachings auch machen, so viele Beratungen machen, dass sie irgendwann die Liebe zu ihrem Beruf verlieren. Ich sage immer, das ist wie, wenn du deine Lieblingsspeise jeden Tag dreimal isst, nach ein paar Wochen, auch wenn es deine Lieblingsspeise ist, irgendwann kotzt du da drauf. Du kannst es schon gar nicht mehr riechen, du kannst es nicht mehr sehen. Das heißt, du musst finanziell den Weg hier in die Freiheit finden und mit anderen Honorarsätzen arbeiten, weil du einfach die Liebe zu deinem Beruf halten solltest und weil du lernen musst, deinen Beruf, diese Tätigkeit auf eine Art und Weise auszuüben, sodass sie dir in fünf oder in sieben Jahren immer noch große Freude macht und du so eine hohe Qualität hast. Und da ist der Beruf des Beraters, des Coaches, des Trainers und natürlich auch des Redners ein ganz besonderer Beruf, weil es ein sehr gebender Beruf ist. Es ist ein Beruf, wo du unheimlich viele Menschen unterstützt, da wo du ständig am Geben, am Geben, am Geben bist. Und der kostet einfach mehr Energie als ein klassischer Bankangestellter oder ein Verkäufer in einem Fahrradgeschäft oder ein Versicherungsvertreter, da wo das in der Form einfach so nicht der Fall ist. Also, da musst du Energie sparen und deswegen musst du lernen, wie man hohe Honorarsätze auch aufbaut. So, und der siebte Schritt ist, du musst lernen, wie man verkauft und Kunden gewinnt und zwar mit einer Sogstrategie. Das heißt, so, dass die Kunden, dass deine Kunden neue Kunden bringen. Das ist also der Schlüssel. Das Ziel des Coaches, des Trainers, Beraters und Redners ist es, ein Angebot zu entwickeln, eine Dienstleistung zu entwickeln, wo deine Kunden neue Kunden produzieren. Also, dein Unternehmen sollte ein Unternehmen werden, das Kunden produziert, die wieder selbst Kunden produzieren. Also, jeder Kunde sorgt für neue Kunden. Das heißt, deine Verkäufer sind deine Kunden. Das ist ein sensationeller Gedanke, den ich selbst die ersten drei, vier Jahre damals nicht verstanden hatte. Ich habe immer gedacht, ich brauche irgendjemanden, der im Telefonverkauf oder sonst irgendwo meinen Verkauf macht, dass ich Vorträge und Coachings kriege. Ganz im Gegenteil. Du musst lernen, dass deine Kunden deine Verkäufer werden. Das heißt, dass sie dich weiter empfehlen und dir neue Kunden bringen. Und das funktioniert. Und da musst du hinkommen. So. Jetzt ist die spannende Frage, wie lernt man sowas? Und ich habe nachher gleich noch eine Zusatzinformation. Um sowas zu lernen, muss man keine einjährige Ausbildung bei irgendeiner Organisation machen. Das sage ich jetzt gleich mal dazu, ohne irgendwelche Namen zu nennen. Denn diese Organisationen verlangen oftmals rund fünfstellige Beträge. Also das heißt, 10.000, teilweise sogar mehr als 10.000 Euro, um dir das alles zu vermitteln. Und die Erfahrung danach ist, die meisten Leute können danach trotzdem nichts, weil sie nur Wissen, 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 Wissen bekommen haben, aber in diesem Jahr kaum was umgesetzt haben von diesem Wissen. Man kann das gesamte Wissen, was du dafür brauchst, was du brauchst und wie du das machen musst, das kannst du in einem einzigen Tag lernen. Das ist jetzt aus Verkaufssicht von mir eigentlich nicht besonders schlau, weil ehrlich gesagt könnte ich daraus auch ein Wochenseminar oder ein Jahresprogramm machen und könnte daraus 10.000, 12.000, 15.000 Euro pro Teilnehmer generieren. Aber ganz ehrlich, ich will die Leute einfach nicht verarschen, ich habe da keinen Bock drauf. Das geht in einem Tag und es geht für einen Bruchteil des Geldes somit auch, weil an einem Tag brauchst du keine 12.000 Euro mehr überweisen. Das ist Quatsch. Aber es ist natürlich ein außergewöhnliches, exzellentes Wissen, mit dem du in der Folge dessen Zehn- und Hunderttausende von Euros mehr generieren kannst oder überhaupt mehr generieren kannst. Das ist Fakt. Also den Wert dieses Wissens, den ich dir an so einem Tag vermittle, den kann ich sowieso gar nicht verlangen, weil das in keinem Verhältnis steht. Der Wert ist um ein Hundertfaches, um ein Tausendfaches höher als der Preis, den du bezahlst. Es gibt von mir da ein Seminar. An diesem einen Tag vermittle ich dir, wie du genau diese sieben Punkte in der Praxis umsetzt. Du kriegst das komplette Wissen von mir, wie du das alles machst. Die Umsetzung findet sowieso Schritt für Schritt danach statt. Es gibt eine Gruppe danach, wo man die Leute begleitet. Eine Online-Gruppe, wo sich die Leute untereinander coachen, wo auch ich und mein Team immer wieder Know-how reingeben, sodass du in diesem Prozess begleitet wirst. Aber was du nicht brauchst, definitiv ist ein Jahr immer noch mehr Input von 10.000 verschiedenen Experten und du kriegst am Ende nichts auf die Kette. Also, meine Empfehlung, spar dir Zeit, spar dir vor allem viel Geld. Komm zu mir in mein Seminar und lern an einem Tag das, was dafür notwendig ist und lass uns danach deinen Weg begleiten in der Umsetzung. Dieses Seminar von mir findet jetzt ein einziges Mal statt in diesem Jahr 2018 und zwar am 25. August. Das ist ein Samstag, 25. August. Das Seminar heißt Mehr Umsatz als Redner, Trainer, Coach. Du findest alle Infos zu diesem Seminar auf der Webseite www.redner-trainer-coach.de glaub ich, dass die richtig ist, redner-trainer-coach.de, genau. Findest aber den Link auch unten in den Shownotes. Einfach runterscrollen hier und unten findest du den Link zu dieser Seite und du siehst auf dieser Seite dann auch den Preis des Ganzen. Dieses Seminar kostet für diesen Tag nur 999 Euro brutto. Da kommt keine Steuer mehr dazu. In diesem Seminarpreis ist auch die Verpflegung untertags drin, wie gesagt die Steuer. Du kannst diese Rechnung natürlich auch bekommen, sodass du sie steuerlich absetzen kannst, wenn du schon ein Business hast. Also, das heißt, das ist ein Bruchteil des Geldes. Du sparst dir extrem viel Zeit. Das ist noch die sehr viel größere, auch Kostenersparnis, weil du deutlich schneller in die Umsetzung kommst. Du wirst sofort durch dieses Wissen auch Umsätze erzielen oder deutlich mehr Umsätze erzielen als bisher. Das ist mein Versprechen dazu. 25. August melde dich an. Und es gibt jetzt aber noch eine Zusatzinformation, und zwar für ein Spezialseminar. Wenn du jetzt dich nämlich bei der ersten Frage, die ich dir gestellt habe, was willst du eigentlich sein, Redner, Trainer, Coach oder Berater, wenn du dich jetzt für den Redner entschieden hast, gilt auch ein bisschen für den Trainer, aber vor allem, wenn du dich für den Redner entschieden hast, wenn du jemand bist, der vielleicht gar nicht jetzt hauptberuflich Redner sein will, aber wenn du jemand bist, der Präsentationen öfter hält, der von Menschen gut sprechen muss, von Menschengruppen, der präsentieren muss, der vor Leuten Vorträge halten muss, immer wieder mal, vielleicht als Führungskraft oder als Verkäufer oder wer auch immer, dann gibt es ein Spezialseminar für mich, von mir, für dich und vor allem natürlich auch für alle Leute ideal, die jetzt gesagt haben, okay, ich möchte Redner sein oder bin schon Redner oder möchte Redner werden und erfolgreich werden und möchte in diese Bereiche von 5.000, 6.000, 7.000 Euro am Tag, Honorarsatz, dann gibt es ein Spezialseminar und zwar heißt dieses Seminar Rock die Bühne. Und dieses Seminar ist am 26. August, also am Tag nach diesem ersten Seminar, mehr Umsatz als Redner, Trainer, Coach, also am 26. August Rock die Bühne. Beide Seminare finden übrigens am Flughafen München statt und dort bei Rock die Bühne lernst du an einem Tag Folgendes. Erstens, also du lernst einfach, wie halte ich einen mega, mega geilen, inspirierenden, motivierenden Vortrag, sodass die Leute nach diesem Vortrag nicht nur nicht eingeschlafen sind, sondern begeistert rausgehen, davor aber auch zu dir gehen und sich bei dir bedanken für diese Inspiration, egal welches Thema du hast. Es spielt überhaupt keine Rolle, worüber du sprichst, was dein Gebiet ist, was deine Produkte oder deine Dienstleistungen oder deine Themen sind. Die Leute werden begeistert sein. Das vermittle ich dir und das ist übrigens auch einer der Schlüssel, übrigens auch für die Coaches, auch für die Berater. Wenn ein Coach geile Vorträge halten kann, du kannst dir sagen, okay, die Bühne ist jetzt vielleicht nicht das, was ich machen will. Ich möchte vielleicht eins zu eins mit Menschen viel arbeiten. Okay, aber um diese Kunden zu kriegen, ist ein geiler Vortrag und es können einmal perfekte 45 Minuten sein. Wenn die richtig geil sind, dann kommen danach die Leute zu dir ohne Ende, weil du so viel Vertrauen über den Vortrag aufgebaut hast, dass die Leute von dir einfach mehr wollen. Und dann sagst du, okay, ich habe ein Coaching, hier können sie buchen. Und das ist so entscheidend. Ein Vortrag ist ein Produkt, das du verkaufen kannst, sogar sehr teuer verkaufen kannst, aber es ist auch ein perfektes Akquise- und Werbeinstrument. Das heißt, wenn ein Vortrag, egal für welchen Job du hast, wenn du einen richtig geilen Vortrag hast, wo die Menschen begeisternd an deinen Lippen kleben und inspiriert sind, dann machst du dadurch Umsatz ohne Ende auch im Nachgang. Was lernst du bei Rock die Bühne von mir? Erstens, du lernst Eröffnungstechniken. Wie fange ich denn einen richtig geilen Vortrag überhaupt an? Was sind denn so meine ersten Sätze? Wie bringe ich die Leute innerhalb von zehn Sekunden sofort in Verbindung mit mir? Wie bringe ich die sofort in eine Aufmerksamkeit, vielleicht auch zum Lachen? Wie bringe ich die sofort dazu, dass die aus ihrer trägen Konsumhaltung rauskommen und mir an den Lippen kleben? Wie gehe ich mit Lampenfieber außerdem um? Wie schaffe ich es, Lampenfieber zu bekämpfen vor Auftritten? Wie entwickle ich einen geilen Vortrag? Wie mache ich denn das? Ein Tipp schon mal dazu, Einleitung, Hauptteil, Schluss, wie wir es in der Schule gelernt haben, ist es schon mal nicht. Wie schaffe ich es, dass ich den Blackout vermeide bei einem Vortrag? Dass ich nicht mehr weiß, wo es weitergeht. Wie setze ich eine geile Rhetorik ein? Wie entwickle ich eine Körpersprache? Wohin mit meinen Händen? Darf ich rumgehen? Darf ich nicht rumgehen? Und so weiter. Wie verhält man sich auf einer Bühne? Oder auch wenn man nicht auf einer Bühne ist, wie verhält man sich vor Menschen? Wann steht man? Wann sitzt man vielleicht auch? Wie arbeite ich mit meiner Stimme? Wenn es möglich ist, wie setze ich Technik und Musik zum Beispiel ein? In guten Vorträgen. Wie kann ich mit Lautstärke, mit Tempo, mit Rhythmus, mit Bewegung, mit Gegenständen arbeiten? Wie kann ich Anker setzen bei den Leuten, dass die bestimmte Sätze, bestimmte Metaphern nicht mehr vergessen? Wie kann ich geile Geschichten erzählen, sodass die Leute sich ewig an diese Geschichte erinnern und das immer mit mir in Verbindung bringen? Wie kann ich im Gedächtnis bleiben der Menschen? Wie kann ich humorvoll sein? Wie kann ich die Leute zum Lachen, zum Staunen, zum Überraschen bringen? Wie kann ich die Menschen emotional einfach wirklich bewegen? Und das Wichtigste ist mit Sicherheit das Storytelling. Also wie kann ich Geschichten so erzählen, dass die Leute die Zeit vergessen bei dieser ganzen Sache? Wie entwickle ich außerdem knackige Vortragstitel, da wo die Leute sagen, wow, der Vortragstitel ist so gut, das muss ich mir anhören. Alles das lernst du am 26. August bei Rock die Bühne. Alle Infos zu diesem Seminar findest du auf der Webseite rock-die-bühne.de und dort findest du eben einige Infos dazu und auch dort wirst du sehen, dieses Seminar kostet auch 999 Euro am Tag. Auch hier bitte keine Rednerausbildung machen über zwölf Monate, die 10.000 oder 12.000 Euro kostet. Es gibt solche Anbieter, ich halte davon nichts. Nicht, weil es inhaltlich schlecht ist, was man dort hört, das ist überhaupt nicht schlecht, sondern weil du das alles nicht brauchst und weil du deswegen noch lange keinen Vortrag halten kannst. Ich habe erst vor zwei Monaten eine Frau kennengelernt, die gesagt hat, sie war bei so einer Ausbildung, bei so einer Redneruniversität, die das gemacht haben und hat da Zehntausende von Euros bezahlt und hat gesagt, ja, aber ich kann immer noch keinen begeisternden Vortrag halten. Was wir an diesem Tag bei Rock die Bühne machen, ist nicht nur, dass du das ganze Know-how kriegst, das ganze Handwerkszeug, sondern wir üben auch praktisch tatsächlich. Das heißt, du wirst auch an diesem Tag von uns gecoacht, wie du das machst. Du kommst in die Umsetzung. Wir werden das praktisch mit dir üben. Wir machen Eröffnungen. Wir werden Gags zusammen entwickeln. Alles das wirst du lernen. Deswegen, du kannst damit Zehntausende, Hunderttausende von Euros verdienen. Es kostet nur 999 Euro. Es gibt darauf keine Sonderpreise. Leute, ganz ehrlich, sorry. Der Mehrwert dieser Seminare ist so hoch. Du kannst damit so viel Geld verdienen danach. 999 Euro ist ein geschenkter Preis, auch noch als Bruttopreis. Das ist es mehr als wert. Da gebe ich keine Sonderpreise drauf. Es ist auch sehr begrenzt. Wir haben dort nur 25 Teilnehmer pro Tag, die wir zulassen. Also kommt am besten zu beiden Seminaren, wenn du beide Seminare buchen willst, was sich übrigens extrem anbietet. Die meisten Leute, die kommen, buchen den 25. das Umsatzseminar und den 26. die Rockt die Bühne, weil sie verstanden haben, dass Rockt die Bühne ein Teil des 25. ist, weil der Vortrag, wie gesagt, ein Akquise- und Marketinginstrument ist, das auch noch gut bezahlt wird. Da kann ich also Werbung machen und muss nicht Geld dafür bezahlen, sondern ich bekomme auch noch Geld dafür, für das, dass ich Werbung mache, für mich. Das musst du dir mal vorstellen. Also wenn du beide zusammenbuchen willst, gibt es einen Spezialpreis. Wenn du den haben möchtest, dann schreib uns bitte eine E-Mail an die Seminare at steffenkirchner.de. Dann bekommst du diesen Spezialpreis von uns. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr Lust habt, da dabei zu sein. Und ja, das war jetzt eine lange Folge mit viel Content, mit viel Inhalt, aber ich hoffe, das war wertvoll für dich. Steig ein in diesen Beruf. Mach das hauptberuflich, mach das vielleicht nebenberuflich. Es ist sensationell, nicht nur für das, was du mit anderen Menschen bewegen und für andere Menschen bewegen kannst, sondern vor allem auch für deine eigene Entwicklung. Also, deswegen, let's go. Teilnahme schnell sichern, denn Ende August ist jetzt gleich Ruhm ums Eck und einen zweiten Termin in diesem Jahr gibt es zumindest nicht mehr. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Dein Steffen Kirchner. Und ich zweifle dich bei mir Tag und Nacht Ganz egal wohin Als dieser Weg ausführt Mit dir wage ich den ersten Schritt Nur mit dir komm ich an Geh ich zu weit Dann gehst du mit Weil uns nichts halten kann Nur ein Herz Kann richtig navigieren Und zum Licht entführen Und zum Licht entführen Und zum lachen Und zum lachen Shout jelly Aus 3